Beim Entfernen von Augenringen denken viele als erstes daran, die dunklen Stellen einfach mit einem Werkzeug wie dem Kopierstempel zu überdecken. Das Problem bei diesen Methoden ist, dass hierbei eine Hautstruktur an eine andere Stelle kopiert wird, an die sie gar nicht hingehört. Entsprechend komisch sieht auch das Ergebnis aus. Deshalb zeige ich dir in diesem Video, wie du dunkle Stellen loswirst und dabei dennoch die originale Hautstruktur beibehältst. Viel Spaß! Das Bild, das ich für dieses Projekt verwende, ist wie immer verlinkt in der Videobeschreibung. Wir wollen hier also die dunklen Stellen unter den Augen entfernen. Was wir dazu machen müssen, ist im Endeffekt einfach die Farbe an diesen Stellen zu ändern, ohne dabei die Haut selbst zu verändern. Dazu gehen wir jetzt folgendermaßen vor. Wir schauen in unsere Ebenen rein und wir wollen erstmal eine Kopie von unserem Bild anfertigen. Dazu muss die Ebene angewählt sein. Wir drücken den Shortcut STRG-J. Mit STRG-J entsteht eine Kopie. Dieses kopierte Bild wollen wir jetzt entzettigen. Wir wollen also ein Schwarz-Weiß-Bild daraus machen. Das funktioniert, indem die Ebene angewählt ist. Wir dann oben auf Bild gehen, hier auf die Korrekturen und im unteren Abschnitt auf Zettigung verringern. Einmal da draufklicken, dann erhalten wir ein Schwarz-Weiß-Bild. Als nächstes wollen wir einen Filter auf das Bild legen. Vorher machen wir aber ein Smart-Objekt aus unserer Ebene. Dazu einfach ein Rechtsklick hier auf unsere Schwarz-Weiß-Ebene und dann hier auf In Smart-Objekt konvertieren. Jetzt können wir also oben in der Leiste auf die Filter gehen. Hier auf Sonstige Filter und hier wollen wir den Hochpass-Filter aufrufen. Den Hochpass-Filter können wir jetzt so einstellen, dass wir die Hautstruktur praktisch sichtbar machen, ohne die Augenringe selbst wieder zu deutlich erkennbar zu machen. Das heißt, wir können diesen Regler hier nach rechts ziehen und ihr seht, wenn wir hier einfach zu hoch gehen, dann werden irgendwann die Augenringe wieder deutlich erkennbar. Das wollen wir nicht. Wir wollen also den Wert einfach nur so hoch nehmen, dass die Hautstruktur wieder gut erkennbar ist, ohne dass die Augenringe selbst zu erkennen sind. Und ich denke, für dieses Bild passt hier ein Wert zwischen 7 und 8 ganz gut. Hier haben wir eine deutliche Hautstruktur, die erkennbar ist. Der Wert unterscheidet sich aber natürlich und kommt immer auf das Bild an, das man bearbeitet. Ich denke, hier passt das. Ich bestätige also einmal mit OK. Jetzt haben wir hier natürlich so ein merkwürdiges graues Bild. Wir wollen wieder unser natürliches Bild zurückhaben. Und das funktioniert, indem wir jetzt dieses graue Bild dieser Ebene anwählen, dann die Mischmodi aufrufen hier. Und den Mischmodus umstellen auf ineinander kopieren. Einmal auf ineinander kopieren gehen und dann haben wir auch wieder ein natürliches Bild. Das sieht jetzt genauso aus wie vorher. Das Einzige, was sich jetzt geändert hat, ist im Endeffekt, dass wir die Hautstruktur verdoppelt haben, könnte man sagen. Wir haben jetzt eine zusätzliche Schärfe erschaffen. Wenn wir die Ebene hier einmal ausblenden, dann seht ihr vielleicht den Unterschied. So sah es vorher aus. Und jetzt wirkt es einfach nachgeschärft. Ich weiß nicht, ob es auf dem Video deutlich rüberkommt, aber auf jeden Fall ist es ein erkennbarer Unterschied. Natürlich wollen wir das aber nicht. Wir wollen nicht, dass das gesamte Bild nachgeschärft wird, sondern wir wollen, dass diese Hautstruktur später nur an den Stellen der Augenringe sichtbar ist. Und deshalb können wir diese Ebene erstmal wieder ausblenden. Die brauchen wir erst später wieder. Die haben wir uns jetzt einfach schon mal vorbereitet. Als nächstes wollen wir jetzt die Farben der dunklen Stellen überarbeiten. Dazu schauen wir in unsere Ebenen rein. Wir klicken auf unser Hintergrundbild und gehen dann auf das Plus-Symbol, um eine neue Ebene einzufügen. Diese Ebene sollte sich jetzt in der Mitte befinden und direkt über unserem Hintergrundbild. In dieser Ebene wollen wir jetzt malen. Zum Malen nehmen wir links unser Pinselwerkzeug. Den Pinsel können wir oben passend einstellen. Die Größe machen wir eben so groß, dass wir gut über die Augenringe drüber pinseln können. Und die Härte ziehen wir ganz nach links für einen weichen Pinsel. Außerdem wollen wir die Flusseinstellung reduzieren. Und zwar nehmen wir den Fluss relativ weit runter auf etwa 5%. Mit diesem Pinsel können wir jetzt also die Augenringe übermalen. Dazu brauchen wir natürliche Hauttöne und die übernehmen wir jetzt mit der Pipette. Wir erreichen die Pipette am schnellsten, wenn wir einfach während der Pinsel ausgewählt ist, die Alt-Taste gedrückt halten. Ihr seht es, wenn ich auf die Alt-Taste drücke, dann kriege ich hier die Pipette. Mit dieser Pipette können wir jetzt einfach einen Hautton, der sich um die Augenringe drumherum befindet, anklicken. Dann wird der übernommen und das sehen wir dann auch hier in unserem Farbwähler. Mit dieser Farbe können wir jetzt einfach so vorsichtig über die Augenringe drüber pinseln und ihr seht, wie die dunkle Farbe langsam verschwindet. Beim Übermalen müssen wir aber vorsichtig sein und wir dürfen nicht alles nur mit einer Farbe übermalen, denn das würde später komisch aussehen. Stattdessen müssen wir immer wieder die Pipette anwählen, eine Farbe außenrum aufrufen und mit dieser Farbe hier wieder so ein bisschen weitermalen, um praktisch diesen Bereich mit den Hauttönen drumherum richtig verschmelzen zu lassen. Wir malen hier praktisch so einen weichen Übergang auf, dass man nicht mehr direkt wahrnimmt, wo die bemalte Stelle beginnt und wo sie aufhört. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Wir nehmen also immer wieder eine andere Farbe und übermalen damit jetzt Stück für Stück eben diese dunklen Stellen. Ja, so hätte ich jetzt mal die linke Seite übermalt und genau das gleiche machen wir jetzt im Endeffekt auch nochmal auf der rechten Seite. Auch hier die Farben außen herum übernehmen und genauso über die dunklen Stellen vorsichtig drüber pinseln. Ja, und so hätte ich jetzt auch mal noch das rechte Auge übermalt. Das Ganze sieht jetzt natürlich relativ komisch aus, aber wir wollen jetzt natürlich einfach unsere vorbereitete Hautstruktur wieder über diese glatten Bereiche drüber legen. Dazu können wir jetzt einfach diese Ebene hier wieder einblenden und wenn wir das machen, dann siehst du schon, sieht das direkt wieder ziemlich gut aus. Wir haben hierbei jetzt aber immer noch ein Problem und zwar legt sich ja jetzt diese Hautstruktur, diese doppelte Schärfe immer noch auf das gesamte Bild. Wir wollen natürlich, dass das Ganze nur in dem Bereich sichtbar ist, in dem wir gemalt haben. Dazu gehen wir in die Ebenen. Wir haben hier unsere bemalte Ebene und darüber befindet sich die Ebene mit der Hautstruktur. Wenn wir jetzt uns hier zwischen diese zwei Ebenen bewegen und dabei dann die Alt-Taste gedrückt halten, dann erscheint dieses Symbol. Das bestätigen wir einmal mit der linken Maustaste. Damit haben wir jetzt die Schnittmaske aktiviert, die dafür sorgt, dass die Struktur nur noch innerhalb der bemalten Ebene sichtbar ist. Und das sorgt für ein ziemlich gutes Ergebnis, wie ich finde. Hier seht ihr das Ganze einmal. Wenn wir die bemalte Ebene jetzt einmal ausblenden, dann sehen wir hier die Augenringe, wie sie vorher aussahen. Und so sehen sie jetzt aus. Wenn dir etwas nicht gefällt, dann kannst du das Ganze jetzt natürlich immer noch nachkorrigieren. Du kannst jetzt immer noch in der bemalten Ebene einfach weitermalen und hier weiter das Ganze nachbessern, falls es dir vielleicht zu hell ist. Außerdem können wir natürlich auch die bemalte Ebene von der Deckkraft ein bisschen reduzieren. Wenn wir sagen, es ist an sich nicht schlecht, sieht aber ein bisschen zu unnatürlich aus, dann kann man natürlich auch die Augenringe wieder so leicht sichtbar machen. Außerdem noch ein weiterer letzter Hinweis. Wir haben hier ein Smart-Objekt erstellt, deshalb können wir auch hier den Hochpassfilter einfach wieder doppelt anklicken. Dann erscheint er hier und wir können auch jetzt noch diesen Regler hochstellen und damit praktisch hier die Bereiche, wenn wir genau hinschauen, von der Hautstruktur her weiter anpassen. Also einstellen, wie intensiv das Ganze im Endeffekt zu sehen sein soll. Ich denke aber, dass das hier schon ein relativ gutes Ergebnis ist. Ja, ich lasse das mal so auf 10 stehen und damit haben wir hier also jetzt auf ziemlich natürliche Art und Weise die Augenringe entfernt. Ich hoffe, dass alles verständlich erklärt war. Wenn du jetzt noch mehr über Photoshop lernen möchtest, dann schau gerne in die Videobeschreibung. Dort findest du den Link zu meinem ausführlichen Komplettkurs. Und falls du den Kanal abonniert hast, dann hören wir uns vielleicht bald schon wieder in einem meiner nächsten Videos. Und dann schau gerne in die Videobeschreibung.